Also ich habe die große Freude und Ehre, dieses Jahr zum allerersten Mal in einer Delegation mit nach Düsseldorf zu fahren. Und ich mache das insofern wahnsinnig gerne, weil ich glaube, erstens, dass Österreich endlich wieder zurück ist. Es ist ein Applaus wert! Und wie wir zurück sind, und wie wir zurück sind, meiner Meinung nach, die beste Stimme des heutigen Eurevisions Song Contests. Und sie ist heute hier und sie singt heute für uns, das Sieg mit Düsseldorf. Liebe Freunde und Freundinnen, begrüßt Nadine Bauer! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!